Julia, ich glaube, du musst noch ein paar mehr Schichten übernehmen. Gerne. Bis ich herausgefunden habe, wie es bei mir weitergeht, ist das eine super Sache. Ist es auch. Herzlich willkommen an Bord. Danke. Guck mal nicht, ob da hinten wird ein Typ verlangt. Oh, der Rosenkavalier von gestern. Hi. Du auch hier? Heute ist mein Glückstag. Ich arbeite heute gar nicht. Ja, umso besser. Dann können wir zusammen Kaffee trinken. Na, wenn das mal nicht der Beginn in einer wunderbaren Freundschaft wird. Nein, ich habe noch eine Menge zu tun. Schade. Vielleicht ein anderes Mal. Oder das Ende einer kurzen Bekanntschaft. Aber wir können uns später treffen. Geht auch. Super. Ja. 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 Ja.